Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir, heute nicht alleine, sondern mit dem lieben Alex, der steht hier neben mir. Ja, servus. Ja, der liebe Alex, der ist auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung verlinkt. Heute spielen wir mal eine Runde Sky Chines, ja, das Spiel ist auf jeden Fall ziemlich nice. Wir haben vorhin eine Runde gespielt und haben die auch gewonnen. Ja, zum Einwärmen und ja, wir gucken jetzt mal, was wir hier so reißen können in dieser Runde. Und ja, für die Leute, die ich nicht kennen, wir müssen einfach den Krisen-Zombie töten. Von den Gegenden, ja, und unseren Beschüssen. Genau. Ich hab schon paar Dia-Sachen, ich hab's relativ für Dia-Sachen dran. Ja, das ist gut. Also, ich kaufe mir zum Teil die meisten Sachen, da ich das Zeug nie finde. Ich mach genau das Gegenteil. So, ich kaufe mir jetzt schon mal eine Dia-Axt. Und was brauche ich noch? Eine Hose, eine Hose, eine Hose. So. Jetzt brauchen wir noch Nahrung. Und Blöcke. Äh, wann geht's los, wann geht's los? Ah, jetzt. Ich geh direkt mal den Zaubertisch holen, weil der ist auf jeden Fall immer sehr wichtig. Ja, der ist echt wichtig. Weil, damit kann man dann die Rüstung verzaubern und das Schwert auf Schärfe und Rückstoß 1. Und das bringt auf jeden Fall sehr viel. So ist es. Eben sogar Lave. Ich höre angefunden, das ist ja nice. 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 So. Auf jeden Fall, wie es dazu gekommen ist, dass ich und Alex jetzt hier zusammen spielen. Ja, ich hab ihn einfach bei Skype angeschrieben. Und ihn gefragt, ob wir vielleicht mal zusammen aufnehmen können. Aber wir haben uns schon vorher kennengelernt. Und zwar hat er mir mal ein Intro gemacht. Das ist übrigens das Intro, das ich immer noch verwende. Das finde ich cool, dass du es noch irgendwie noch veränderst. Ja. Ja. Aber, ja, ich baue mal ein neues. Ja, ich bin eh noch so Leute am suchen, die mir vielleicht ein Intro machen können oder so. Mhm. Ja. So. Ich habe jetzt mal den Bogen verzaubert. Ich baue noch ein bisschen Lapis, um dann meine Rüstung noch zu verzaubern. Verzaubern. Ja, verzaubern. Verzaubern. Okay. So. Schuhe. Schuhe habe ich. Helm. Schusssicher. Gut. Jetzt brauchen wir nur noch Pfeile. Ein bisschen mehr. Und dann läuft das Ganze hier. Ich weiß nicht, auf wen wollen wir. Gehen wir jetzt zuerst auf Gold, weil die haben uns in der letzten Runde voll abgefuckt. Weil dann Hacker dabei war. Und der Typ, ja. Wir haben sie zwar besiegt, aber war schon stressig. Der hat ziemlich gute Hits aus, ey. Kaut mit so einem Hack rum. So, ich geh jetzt mal hier durch. Ich hoffe, die sehen mich nicht gleich. Der Typ hat einfach gar nichts. Der Typ hat gar nichts. Gar nichts? Okay. Ja, ich renne durch. Jetzt geh ich auf den Zombie. Ich glaub, der kapiert den Spielmodus nicht ganz. Ich glaub, der hat das System noch nicht ganz verstanden. Ja, jeder wirbel verstehst. Ja, grün ist raus. Ich kill trotzdem noch den Riesenzoll, weil es gibt extrem viel Geld. Na warte, wir sind ja auf Gold. Nicht auf Grün. Grün ist raus, genau. Wir sind ja bei Gold. Ich dachte gerade, wir sind bei Grün. Aber ja. Kann man Labis auch kaufen im Shop? Ja, aber die sind mega teuer. Oh, der eine Gold in der Typ kommt und der hat's verkackt. Auf jeden Fall kann man auch Schwärze mit dem Amboss zusammenfügen. Die Amboss sind in der Mitte. Oh. Ja, nur so zur Info. Ja, du kennst dir auf jeden Fall Vollgas aus. Ja, ich spiel's auch schon ein bisschen länger. Ja, ich glaub das ist meine dritte Runde erst. Ja, aber es ist schon noch ein geiler Spielmodus. Das muss man lassen. Ja, ist echt lässig. Das ist gut. Also, wer wäre auf jeden Fall öfters zocken? Ja, das auf jeden Fall. Weil, wir haben es auf jeden Fall richtig lustig hier. Und es ist richtig frech am Start her. Frech, Leute, frech. Team Magenta ist ab da am rumstehen. Also, ich geh jetzt mal in die Mitte und schau mal. Das Biest ist nämlich Torgott eben. Das wir einmal hinmachen. Was ist es? Was ist es? Ja, ja, der Magenta hat einen hackt. Ja, nice. Okay, wir müssen auf Magenta. Ah, ein Pferd ist da. Ich weiß nicht, was gibt das Pferd? Was gibt das schon wieder? Ich weiß gar nicht mehr. Ja? Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Boah, der hat ein ziemlich Problem. 200 Stück. Ja, ich bin jetzt auch gleich in der Mitte zu hören. Hey, ein Creeper. Woah. Da gab es dann keinen geblockt. Ja, der Blaue ist da. Ah, warte, wie ist ein Blau, oder? Ja, voll. Damage Resistance. Am Weg kriegt. Okay. Ja, auf jeden Fall Magenta hackt. Ja, dann muss ich direkt zum Magenta gehen, wenn das so ist. Das ist geil, ich bin runtergefallen. Oh, Mann. Ich glaube, ich habe es sogar gesehen. Oh, nein. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Magenta. Ui, der hat echt gute Hitze aus. Ja, eben. Deswegen. Der hackt bestimmt. Der hackt bestimmt. Der steht in der Lava. Den stört es auch nicht. Hä? Bekommt er überhaupt Schaden? Nein. Hey, der steht gerade direkt in der Lava und passiert gar nichts. Noll. Deutsche Typen fägen mich auf. Hey, der macht gar nichts, der steht da gerade einfach. Und ja, ich war jetzt einfach irgendwann. Nice. Okay, gehen wir jetzt in zwei drauf. Dann haben wir die. Was? Ich bin runtergefahren. Nein, ich bin halt runtergefahren, er hat mich oben geschossen. Er hat mich oben geschossen. Ja. Ja, aber. Ja, aber. Bei dir ist es klar. Er hat dich mit dem Schwert, aber. Ja. Ich bin einfach. Einfach gesprungen und dann. Ja. Ja, ich weiß selber nicht, was ich genau gemacht habe. Okay, ja. What? Bist du das? Ja, okay. Ja, ja, ich bin es. Ich bin es. Es ist unser Base, wo du gerade hin rennst, oder? Achso, na, wir rennen wir ein. Komplett. Ja, wir müssen ja in die Mitte durch, so. Aber wir haben noch Resistance. Das ist gut. Hast du einen Bogen? Ja, habe ich sogar. Könnten sie sogar spannen. Stimmt. Ich komme ja hinzu. Wenn man treffen will. Ich schaue mal, ob ich triff. Ja, ein Trocken. Ich schieße unten durch. Bei den Gras-Tour. Aber ich triff so immer, glaube ich. Ich bewege gar nichts mehr beim aimen. Einfach immer nur aufziehen. Ja, bau zu, er bau zu. So, jetzt machen wir hier mal. Ich triff auf jeden Fall noch. Deshalb mache ich noch weiter. Ich mache jeder Schuss 2%. Nein. Nein. Du feitest daneben schön brav. Uh, bist du der Linke oder der Rechte? Ich bin der, der überlebt hat. Hey, das ist auch nice. Ja, die haben wir, ey. Ja, den haben wir, ja. Ja. 17. 17. Keine Ahnung. Lol, die sind beide Tour. Ich habe keine Pfeile mehr. Easy, Leute. Hey, das war mir echt nice. GG. GG, ja. Wir haben die Runde. Wir haben noch nie verloren. Ja, wir spielen auch die erste, also die zwei spielen wir die zweite Runde. Ja, stimmt. Danke fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall beim Johnsy vorbei. Ist echt ein lässiger Typ. Und ja. Schaut auch bei Alex vorbei. Der Typ ist ein richtig nicer Typ. Ich möchte auf jeden Fall mit ihm noch mehr aufnehmen. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war Johnsy. Ciao. Tschüss.